Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir in Excel Online die Teilfunktion vorstellen. Wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch viele weitere Videos über Word Online, PowerPoint Online, aber auch Excel Online. Und los geht's, wie immer, nach dem Intro. Viel Spaß! Mit der Teilfunktion kannst du einen Teil einer Zeichenfolge aus einer Zeichenfolge herauslösen. Klingt jetzt alles etwas kompliziert, aber ich zeige dir das anhand meiner Beispieltabelle. Und zwar haben wir einmal unsere Zeichenfolge. Das können auch Zahlen sein. Das muss nicht unbedingt Text sein oder auch Zahlen und Text kombiniert. Das ist egal. Und jetzt haben wir hier quasi eine Zeichenfolge. Das sind halt einfach Buchstaben aneinandergereiht. Und um die Teilfunktion verwenden zu können, brauchen wir immer einen Beginn. Und das ist dann quasi eine Zahl, also zum Beispiel 4. Und dann wird der Teil, der herausgelöst wird, beginnt bei 4, also bei Zeichen 4. Und die zweite Sache, die wir brauchen, ist die Anzahl, wie viele Zeichen sollen dann quasi ab Zeichen 4 herausgelöst werden. Und wenn wir das Ganze dann hier einmal eingeben, zum Beispiel ab Zeichen 4 soll herausgelöst werden und dann für 6 Zeichen lang, dann können wir die Teilfunktion verwenden. Und die verwenden wir, indem wir in unsere Zelle tippen, ist gleich Teil. Als ersten Parameter brauchen wir den Text, in meinem Fall Zelle B3. Dann tippen wir einen Semikolon. Dann geben wir den Beginn ein, auch erstes Zeichen genannt, trennen das wieder durch einen Semikolon. Und die Anzahl der Zeichen. Und dann sehen wir hier, dass das dann quasi in meinem Fall B5 ist. Wir schließen die Klammer und drücken Enter. Und dann sehen wir jetzt schon, dass hier quasi von, also von einer Zeichenfolge, das zweite E bis ZEIC, wurde quasi herausgelöst. Wenn wir das jetzt hier noch ein bisschen daran rumspielen, sage ich mal, dann sehen wir auch, dass zum Beispiel dann ab Zeichen 6 könnte dann die Zeichenfolge herausgelöst werden. Da bräuchten wir dann aber insgesamt 11 Zeichen, glaube ich. Ne, 12 sogar. Und dann wird hier auch das Wort Zeichenfolge herausgelöst. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das noch überprüfen wollen, können wir die Längefunktion verwenden und können uns die Länge der Zeichenfolge ausgeben lassen. Und sehen auch, dass es dann quasi hier 12 Zeichen sind, die auch herausgelöst werden. Also genau die Anzahl der Zeichen, die wir herauslösen möchten. Wenn wir jetzt aber auch hier zum Beispiel beginnen würden bei 0 und dann zum Beispiel 5 Zeichen herauslösen würden, beziehungsweise wir beginnen am besten bei 1. 0 funktioniert dann anscheinend nicht. Dann sehen wir, dass hier die Anzahl der Zeichen, die herausgelöst wird, 5 sind. Und warum ist das so? Weil hier auch noch, weil hier bei dem eine auch noch das Leerzeichen quasi mit herausgelöst wird. Deswegen sind das dann insgesamt 5 Zeichen, obwohl wir das fünfte Zeichen, das Leerzeichen quasi nicht sehen können. Wir haben gerade schon gesehen, dass wenn ihr als Beginn eine 0 eingibt, gibt es einen Fehler. Das gleiche gilt auch für den Beginn bei minus 5. Also wenn ihr zum Beispiel einen negativen Wert eingibt, das funktioniert nicht. Wenn wir jetzt als Beginn die 1 eingeben und dann auch die Anzahl der Zeichen 0 sein soll, dann wird nichts herausgelöst. Wenn wir ein minus 2 eingeben, funktioniert das Ganze auch nicht. Das heißt, da wird dann auch nichts herausgelöst. Wenn wir jetzt aber hier zum Beispiel mehr Zeichen herauslösen wollen, als es gibt, zum Beispiel 30, funktioniert das trotzdem. Dann wird halt quasi alles herausgelöst, was es noch gibt, aber am Ende werden wieder abgeschnitten. Und wir sehen das auch, jetzt werden hier insgesamt 17 Zeichen eben herausgelöst, obwohl wir 30 wollten. Aber so viele gibt es nicht. Das heißt, wenn ihr mehr Zeichen herauslösen wollt, als es gibt, funktioniert das Ganze trotzdem und dann gibt es keinen Fehler. Das ist, wie ich finde, auch ziemlich cool. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wofür ihr die Teilfunktion verwenden würdet. Ich selbst habe die noch nie verwendet, außer jetzt für das Tutorial. Und das war es dann auch schon mit dem Video und ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreib es in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.